Ich bin Michael Serwe. Ich unterstütze Unternehmer und Selbstständige. Du bekommst wertvolle Impulse auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Buchautor. Mit meinen Büchern von der Wildsaar zum Sparschwein und das Fuck You, meine Privileg, öffne ich dir die Augen und zeige dir, wie du clever deinen Cashflow optimierst. Ich bin seit über 25 Jahren zertifizierter Vermögensberater. Ich gebe dir mein Wissen und meine Expertise auch als Redner und Podcaster weiter. Ich bin Gründer der Fuck You, Money Mastery. Ich gebe dir die Tools, die Skills und das richtige Mindset für mehr Zeit, mehr Geld und noch mehr Lebensqualität. Ich habe immer gut Umsatz gemacht. Die Frage ist, was bleibt wirklich hängen? Ich wusste, ich brauche jemanden an der Seite. Jemanden, der wirklich ein System zeigt, was seit Jahrzehnten bewährt ist, was du dir anbietest. Ich kann es sehr, sehr empfehlen, dass das Coaching, es bleibt wirklich messbar, mehr Geld auf dem Konto. Ich bin Mama von drei wunderbaren Kindern und führe mit meinem Mann zusammen ein Unternehmen in der Baubranche. Ja, wir tauschen uns aus und reflektieren wirklich verschiedene Ansichten, verschiedene Lebensthemen und stellen dadurch einfach ein neues Finanzkonzept für uns zusammen, um uns letztendlich mehr Cash auf dem Konto zu bieten und auch mehr intensive Qualitätszeit mit unseren Kindern leben zu können. Wir laden ihn als Menschen kennen und als absoluten Finanzexperten mit dem Herz an der richtigen Stelle. Michael Servo. Greetings from Dubai. Michael has an amazing podcast and a great book. Check it out. Michael Servo is your guy and he focuses amongst others on the idea of fuck you money. Great concept. Ich bin Michael Servo. Mein System ist die Basis für Vermögensaufbau und ich zeige dir, wie du sicher an dein Ziel kommst. Er hat einen Teil ab Kur Серг quelzenemusION gewesen ist. Himmard Michael Servo. Melanie Servo ist die Basis für Vermögensaufbau